Hallo und herzlich willkommen und damit natürlich wie immer klassisch bei mir ein fröhliches Miau und die Stimme war verkackt, aber egal, lass mal drin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge VREGF, VREGFÜRST mit dem W. Hallo, hallo, hallo. Und wir haben gerade festgestellt, dass hier ein neuer Deutscher ist, deswegen hier schon die Anmord. Hallo Deutsch. Ja, hast du jetzt schon geschrieben? Ja, hallo Deutsch. Perfekt. Oh, ja, egal. Ich bleib bei meinem Auto. Obwohl, nein, ich nehm den Wort, egal. Oh, er hat auch hallo geschrieben. Geil. Ähm, wie ist es da? Hallo. Hallo, liebe Freunde. No Fair Gameplay. Was möchte er damit? Deutsch. Oh, jetzt kommt der Übersetzer. Was kann Deutsch? Ich verstehe es nicht. Was meint er mit? No Fair Gameplay. Driving dirty like my underwear. Shit. Ah, der Admin ist sogar Deutsch. Perfekt. 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 Oh, das ist ja so toll hier gerade. Perfekt. Ja, fantastisch. Das ist ja gleich viel besser hier. Ja, das ist ein guter Shard. Oh mein Gott. Tendenziell nein. Ich habe ihn nicht gut genannt. Tendenziell nein. Wer bist du überhaupt? So ein großer Wurdinger. Oh, voll die Ding. Neben dem Vollmer, hinter dem Vollmer. Ja. Ich habe vergessen, auf manuell zu schalten. Leute, tut mir leid. Mann, Leute, ich habe doch letzte Folge schon besprochen, ich schalte auf manuell zu schalten. Das geht ja gar nicht. Oh Mann, das ist ja blöd. Boah, wieso dreht er mich? So ein Nazi. Nein. Du bist ja hinter mir, wenn ich da bin. Boah. Du bist ja hinter dir. Ja, ich bin fast letzter. Nee. Ich habe mich die ganze Zeit solche Leute drehen. Du hast noch ein paar hinter dir. Oh, da habe ich eine Kurve aus Versehen vercheckt. Ah, blöd. Und jetzt überholen die mich alle. Oh, wir haben einen neuen Typen, der beigetreten ist. Game Over. Ja. Interessant. Meinst du, der kann auch Deutsch? Ja, der kann sicher Deutsch. Da muss man einfach mal fragen. Man muss ja mit den Leuten sprechen. Boah, bremsen. Boah, bremsen. Ah, da vorne bist du ja. Oh, den habe ich rausgedreht. Mann, bei mir ist aktuell Qualitäts-Gameplay. Qualitäts-Gameplay. Okay. Mann, ich bin schon wieder verreckt. Das freut mich natürlich. Qualität ist immer gut. Qualität wird bei uns groß geschrieben. Das war ironisch. Ich weiß es natürlich. Ja, ich wollte es halt nur sagen. Boah. Ich weiß ja nicht, ob das so ein Buchstabe versteht. Dass jeder gecheckt hat. Ja. Oh. Was mache ich? Ich fahre einfach Offroad. Okay, gut. Das ist ja schön. Ja. Schön den Rasen mähen. Mhm. Das muss ja auch jemand machen. Naja, hast aber nicht den Rasenmäheraufsatz. Ja, das sind wir schlecht, aber egal. Ich nehme, was ich habe. Boah, diese Kurve habe ich schlecht. Die wandelt zum Beispiel, okay. Ja, die nehme ich oft gerne mit. Du kannst den Folie ficken. Fick den Folie. Ja. Ja, du sollst dich doch nicht selber. Ja, das habe ich auch gemerkt. Aber egal, ich komme wieder. Jetzt kommt noch so ein Bus hinter mir. Ach, was? Was macht er? Ich habe einfach so null Grip und slide hier die ganze Zeit in den Kurven entlang. Ja, der Bus ist hinter dir. Der holt auf. Ja, ja. Ja, ja. Das schafft er schon nicht. Ja, wenn du es weiterfährst, schon. Ja, ja. Ich bin hier Profi in Fahrerflucht. Das ist schon gut. Also eigentlich möchte ich ja, dass er kommt, weil dann kann ich ihn wieder weghauen. Dann musst du bremsen. Ja. Du bist als Tipp. Das ist ein guter Tipp. Ja, ich weiß. Da kommt eine Kurve. Boah, diese Kurve habe ich durchgespielt. So, wir müssen hier so unauffällig abbremsen eben. Ja, da ist er. Er ist da. Ja, ja. Da ist noch ein anderer. Ja, er ist hinter dir. Ich weiß, ich weiß. Er traut sich aber noch nicht so ganz. Ich verstehe nicht, warum der Vollgas mich durchgedrückt hat. Ich hätte an seiner Stelle durchgedrückt. So, jetzt. Er versucht rechts zu überholen. Oh. Der bremst. Was ist denn das für ein Spieler? Mit dem Bus. Jetzt. Jetzt rechts, äh links. Ja, jetzt muss ich, jetzt. Jetzt muss ich beschleunigen. Jetzt, jetzt Chris. Jetzt, jetzt geradeaus draufhalten. Oh, richtig schön rein. Ich glaube, du hast mehr Scham bekommen. Ja, das kann schon sein. Er ist auch ein Bus und ich bin kein Kass. Meiner ist jetzt pisst? Ja, ja, das ist ja schon. Ja, das ist ja schon ein bisschen zauertig. Mal gucken, ob er jetzt was macht. Ja, vielleicht werden wir ja mal noch gewandt. Das könnte ja auch ein Ziel sein, diese Folge. Was wird man eigentlich mit meinem alten Rad los? Welcher Rad? Was ist jetzt komplett? Mein rechtes Vorderrad. Also, für mich sehen beide gleich scheiße aus. Mein eins ist so reingedrückt und geht nur in einem Zeichen. Das andere ist bei mir noch normal. Nein, beide sind scheiße. Okay, der Bus. Jetzt. Wieso nimmt er mich nicht mit? Der hat einen Bus. Ich glaube, der hat den Sinn eines Busses nicht verstanden in Wreckfest. Ich glaube, dem muss ich mal gleich zeigen, was bedeutet Bus fahren. Mit dem Bus muss man alle Kinder mitnehmen eben. Oh, da ist ja einer. War das eine Leiche? Das war eine Leiche. Ich habe schon gedacht. Ich wollte nur fragen. Jetzt? Stark nach links lenken. Geradeaus fahren. Tut er das not? Was? Hallo? Ach, du Scheiße. Was? 10.000er Pin. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 1000, 21, 22. Kann ich vielleicht wieder nachschweinen? visitor ? Ich hab'n Pik von 29 Sekunden. W hat beendet Pik-Timeout. Ich weiß gar nicht, warum. Das hast du für'n Ping. Drei Sekunden, Mensch. Ups. Ja, das Internet ist jedes Mal stabil, wie noch nie zuvor bei mir. So, komm, jetzt bin ich. Hier hab' ich ganz viele ganz schön hohen Ping. Ich hab' auch grad'n ganz schön hohen Ping mit 43, das ist ja echt schlimm. Das geht ja echt nicht. Ich bin wieder da, ich bin wieder da. Aha. Jetzt bin ich wieder normal bei 17. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Jetzt nehmen wir den hier. Das ist ja schön. Wo bist du denn? Ich seh' dich gar nicht. Ach, da ganz oben. Hast du dich nach oben gecheatet, du? Ja, natürlich. Direkt unter dem Almin. So, wie es sich gehört. Du gehörst eigentlich unter mir. Naja. Wie gerade. Ich hab' dich unterworfen. Nein. Ich regier' jetzt hier. Ach, schlimm. Ach, scheiße auf Gleichberechtigung. Ich hab' wieder vergessen. Was hast du vergessen? Ich hätte fast wieder vergessen. Ah, ich bin bereit. Ich hab' wieder fast vergessen, auf Schwierigkeit umzustellen. Muss ich jetzt auf Manuel mit Kupplung oder nur Manuel? Ich weiß es nicht. Testen wir. Mal gucken, wie schlimm das jetzt wird. Ach, das musst du schauen. So, ich fahr' jetzt das Rennen mit Handschaltung. Und das zeigt schonmal, wie toll ich Handschalten kann. Perfekt. Den Start direkt verkackt. Das geht ja nicht besser, oder? Oh Gott. Was hast du überhaupt für ein Gefährt, mit dem du gerade fährst? Omnibus. Omnibus? Perfekt. Ich bin ja ein schwarzer Omnibus. Ja, das ist doch gut. Oh, der Bus lernt fliegen, okay. Hier war nicht mal einer. Ja, ein anderer. Der Bus. Meine Reifen quietschen ordentlich in den Kurven. Das ist sehr schön. Ja, okay. Nein! Oh, da hab' ich die Wande mitgenommen. Oh, voll in den anderen. Das ist ein Arsch rein. Und aus dem Weg. Also, diese Art von Rennen macht mit Handschaltung keinen Spaß. Boah, nicht. Weil du kommst hier nicht so richtig durch die Gänge durch. Oh, die ganze Zeit so, finde ich, den Stang viel überwählt. Oh, Hilfe! Wieso? Nein, ich komm nicht dran. Kommst du nicht dran? Oh Gott. Was fahr' ich hier? Oh, ne gleiche Hilfe. Oh mein Gott, der andere hat sich ja mal fünfmal überschlagen in der Luft. Oh, ich bin demoliert. Okay. Oh, wow, wow, wow. So schnell kann's gehen. So, warum haben wir denn den Tee, du? Ja, ich bin auch was tot. Wie ist er denn? Weiß er ja. Weil ich mich stark aufs Schalten konzentriere. Das macht so nichts so. Ah. Ja. Jetzt bin ich tot. Der Crash mit dem Kollegen war nicht förderlich. Schwierig. Schwierig. Aber wenigstens besser als W. Hello, folks. Ja, Trumps. Hallo. Nicht. Deut. Tja. Und da kommt noch dieser andere Typ, der wieder irgendwas schreibt. I so want... Was? Count Victoria in A-Class? Was ist denn? Count Crown? Was ist denn Victoria? Du hast wahrscheinlich eine Person. Ach so. Oder... Donald J. Trump. Go, 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 go. Und da kommt der Atmel wieder auf Deutsch. Ich fühle ihn. Was auch immer. Get Joe's Ass. Get Joe's Ass. Nee, das ist irgendwas im Spiel. Mit Count Victoria. But she's only in C or B. Joe Biden is a creditor. D-O-N-A-L-D-S-U-X. nacho sachs wie es boy jetzt habe ich noch nicht bereit was gibt es hier was heißen frise herr scheiße jetzt jetzt hat hat gebrochen ich war gerade bei haircut was macht denn dieser andere typ so muss es sein erst mal schön reinrammen wieso fährt hier einer mitgegeben das war ein guter hieb der gottkönig karrt hat mich gebumst donald trump ist wieder da der drecksack danke fürs drehen immer wieder gerne ich bin fast tot ja ich habe halt auch mal gut sagt aber ich werde dich nicht fokussend ich bin mehr auf neu dran ja wo ist denn der trump wie sieht der aus rotes auto mit einer amerikanischen flagge auf dem dach tendenziell ist er für uns ja ja auf platz 5 also nur fünf plätze vor ja da müssen wir müssen kann ich ja anschieben ich hab da gerade eine kurve vor mir wo ich ein paar autos mal von oder ein bisschen ja das reicht aber nicht doch doch wir haben auch schön schön mitgenommen ja das ob ich sagen und bleib der nächste das hat mir auch gut Plätze gekostet ich glaube ich muss man kurz die kurven kurz mal zurücksetzen ich habe dann auch so dass du heute mit dem tram so schön oder ein gottkode ist mein ende ich bin tot hardcore angel verpiss dich ich musste rendezvous mit dem tram vornehmen vor mir sind die kollegen moin wo ist das trump nee 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 ja trump ist tot trump ist tot nein der ist wie der ist nicht tot wie der ist nicht tot nicht trump hat doch kein leben mehr der wurde doch jetzt ist er er steht hinter mir kannst mal kurz den chat schreiben dass joe bettel ich schreibe das selbst jetzt im chat was scheiße wo ich schreibe ich schreibe wo has äh better hair cut as you do nalt joe has oder hat bin mir nicht sicher egal joe has joe hat ne ne has ne has has oder hat bin mir da nicht sicher ähm vote for joe ich möchte es schreiben ja ich hab ja schon geschrieben warte haircut hat ne has a better haircut or hat than was also du müsstest schreiben joe has a better haircut than don't or cut ja passt schon then you don't ja ja ist schon er versteht das wahrscheinlich ja as you und dann hätte ich da ein komma setzen müssen donald egal ich hab glaub ich in englisch putin is best no king jung jung un no king jung un i love a dick tack tour tier i love your dick tier oh merkels bett ne mutti ist kacke ne mutti ist kacke ne mutti ist kacke mutti mutti ne mutti will kein motto mutti was für ein motto macht die macht das schon mutti schr schränkt zu wenig die presse ich werde gleich sowas von gebannt ich glaube auch danke für ihr verständnis ich werde gleich safe gebannt für die aus bitte leute ich werde das nicht rausschneiden aber das ist natürlich alles heroisch das ist natürlich nicht ernst gemeint ja 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 da kann man nicht mehr viel dazu sagen er ist halt nur ein spaß ist oh erdogan auch geil wäre so gerne wie er ach ja das ist einfach so ja ja warum antworten die anderen nicht? ich glaube sie haben keine Lust mehr ja ist langweilig dann ja ich will die alle verarschen nächste runde neues glück jetzt gehts los mit dem Drax Slayer ja wo ist denn der W ist der vor mir oder hinter mir? na ich bin ganz hinten tendenziell hinter mir bloi ich träume von hinten auf eben alles klar ich kümmere mich mal um den Platz um die ersten paar Plätze wer bist du? äh der zweite ja aber was fährst du? was hast du genau? Drax Slayer Auto mit Flammen schwarz Flammen drauf ah stimmt geile Kacke hast du gesagt oh mein Gott mit der Limo auf die Rampel da ist schon jemand tot komplett überschlagen ja ich bin auch schon bald tot ja nicht so bald aber 64 Lehm ja ich auch hab nur noch äh 84 Lehm ja das geht ja noch komplett ne das sind schon äh 84 Lehm zu wenig ja ich weiß abgekürzt Fehler 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 wurden begangen Wande wurde mitgenommen ganz schlecht oh das ist nicht gut nein zurücksetzen was ist jetzt wenn ich eh schon hier unten bin würde ich gerne mal was ausprobieren kann man Fahr Fahrauto ich will mal was ausprobieren ob der mir das ankreidet verdammt er kreidet mir das an ich wollte jetzt ausprobieren ob ich unten einfach fahren kann weißt du das wäre natürlich schön gewesen geht aber nicht und jetzt ich war jetzt einmal bin ich einmal runter geflogen jetzt habe ich nur noch 21 Lehm ah schön von Platz 2 auf Platz 14 so und ich bin noch immer nicht ausgerastet ich glaube ich bin heute nicht in der Stimmung ja da muss noch ein bisschen mehr kommen so ich mache nochmal die Rampe ach du scheiß was passiert hier oh oh Gott das war keine gute Idee oh ich fliege ein bisschen rum oh oh da liegt ein Bus oh 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 uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui ich mich anders entschieden. Ja, ich bin auf jeden Fall schön letzter mit meinem Dreirad. Das ist halt so schlimm. Wieso habe ich das genommen? Ich hasse dieses Dreirad. Ich kann damit nicht fahren. Ich überschlag mich bei jeder Kurve bei dem Dreirad. Oh mein Gott. Ich bin direkt demoliert. Das könnte man mal so als Wreckfest-Challenge machen, für die nächste Folge, dass wir so sagen, was weiß ich, wir uns selber Ziele setzen. Und wenn man das Ziel nicht schafft, darf der andere in dem nächsten Rennen den Wagen aussuchen. Weißt du, um den anderen dann richtig abzufachen? Wäre ganz lustig, glaube ich. Ja, das Ding ist halt, ich habe halt diese DLC-Autos nicht. Aber ja. Du hast doch DLC. Oh, da fliegt der. Hast du nicht den Season-Pass? Nein, nein. Achso. Nicht das alte Season-Pass? Nein, ich habe keinen Season-Pass. Ich dachte, dass du den Season-1-Pass hast. Nein, nein. Okay. Ja, aber ich habe dafür nicht die aus der Karriere. Ja, genau. Vom Hauptspiel, dass wir dann, was weiß ich, sagen, du musst dann rennen mit dem Bus oder Mähdrescher oder mit der Badewanne, äh Badewanne, Sofa oder dieses kleine Autochin-Rasenmäher machen. So was. Ne? Ja. So was Krebs. So was sicher lustig. Oh Gott. Ja. Ach, du bist schon tot. Ja, ich bin schon lange tot. Ich bin ja in der ersten Runde gestorben. Habe ich gar nicht bemerkt. Ja, ich merke es gerade. Ich finde, ich schaffe mich ganz... Ja. Ganz gut. Schmeckt sich sehr gut. Scheiß Mähdrescher. Ich habe mich trotzdem nicht aufgeregt. Das war jetzt irgendwie nur künstlich. Ja, ist das doch gut. Ah, und jetzt hier. Ah, da kommt leider niemand. Nein, 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 nein. Oh, braver Mähdrescher. Braver Mähdrescher. Sehr einfach rausgenommen. Ja. Aber bei meinem Leben kann ich auch nicht mehr so in die Duelle gehen. Tendenziell. Ja, das Leben am Limit. Ja, das Leben am... Leben vom... Ach, ich habe Bandit. Ups. Ah, okay. Gut. Ja, da kann man sich ja nicht beschweren. Dann hat man halt Bandit. Ja. Da muss man mal Chi-Chi in den Cheshire haben. Ach. Gigi. 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 Aber nur an die Deutschen. Oh, was ist denn da los? Da ist ein kompletter Stau auf der Straße. Ah. Ich bin Platz 7. Nicht schlecht. Ich bin, glaube ich, letzter gewesen. Okay. Nicht schlecht, würde ich jetzt nicht sagen. Nicht schlecht. Hätte schlimmer sein können. Aber nicht schlecht. Genau, genau. Das muss man immer denken. Ja. Schlimmer geht es immer. Denkt mir das weg. Das ist ja gut. Wirklich? Warte, das muss ich kurz prüfen. Dann kann ich mich für die Unterletzte sauber nehmen. Das ist wichtig. Ich finde immer diese Leute Arschloch, die nochmal das alte Event wollen. Ich hasse diese Leute. Das sind die besten Leute. Wenn ich als Redman das rausfinden würde, wer das ist, ich würde die direkt bannen. Direkt weg. Direkt weg. Insel-Bann. Insel. Also das wäre mit total Latte. Das war's mit diesem wunderschönen Video. Ich glaube, jetzt muss man noch den Server verlassen, weil sonst geht es dann noch in die nächste Runde. Und ja, der Tigo hier war dabei. Das kannst du sagen. Sag bloß. Ja, ich weiß nicht. Ist mir auch erst jetzt aufgefallen, dass du hier heute dabei warst. War auf jeden Fall wieder sehr unterhaltsam. Ja, möchtest du noch was sagen? Ja, schaut gerne beim W vorbei. Wir sehen uns zur nächsten Folge und damit noch einen wunderschönen Tag. Wunderschönen Abend, wunderschönen Abend, wunderschönen Abend. Ja, ciao. Genau. Abonniert Tigo auf jeden Fall. Damit die 60 kommen. Genau. Wir wissen noch diesen Monat kommen.